Der Mensch, dessen Name in dieses Notizbuch geschrieben wird, stirbt. Ein Notizbuch des Todes? Das ist einfach nur krank. Derselbe Täter, dem gestern in Shinjuku sechs Menschen zu Kupfer fiel, heute erneut zugeschlagen. In dieser Kindertagesstätte nahm er acht Personen als Geiseln. Der Geiselnimmer lebt nicht mehr! Das kann nur ein Zufall sein. Die Kleine. Los, zieh die Alte aus! Du willst abhauen, Ryuk? Es ist doch überall tote Hose. Stimmt, aber ich hab mein Death Note verloren. In der Menschenwelt. Das Buch gefällt dir wohl. Allein in dieser Woche waren es 52 Tote. Und alle waren Verbrecher. So wie ich das sehe, sind wir wieder einmal auf Els Hilfe angewiesen. Es wird sicher nicht mehr lange dauern, bis ich dich zum Schafort führen kann. Er will mich zum Schafort führen. Die Welt ist verdorben. Und die dafür verantwortlich sind, verdienen den Tod. Untertitelung des Herbst. Vielen Dank.